bläst halt gut wir haben irgendwie total verfilmt jetzt ist schon kurz vor 10 na gut dann bis heute abend 3 sterne hotel Linkster Versuch Also Bikeurlaub mit Tim muss ich merken habe ich weniger Zeit zum Radfahren weil der die halbe Zeit auf den Schlüssel hockt gestern haben wir zwei Abwarten gemacht und dann kam bisschen schließen, Wind und sonst was bist wie verrückt haben wir eine Karte zurück bekommen für heute passt als es den ganzen Tag so bleibt bisschen Wind, trockne unsere Sache lass dich nicht wegblasen da ist es so windig da wollte ich jetzt eigentlich noch mal runter gucken krass krass jetzt kann man da mal runter gucken ja schlimmer wäre es wenn der Wind von da kommen würde ja aber geil geil der Kripp ist... keine ahne jetzt endlich hat es mal ein bisschen gerutscht hinten ganz gute strecken hier ganz gute strecken hier kennt bisher nur eine das sind die kurven eng jaja du hast einen platten ja 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 okay fahren wir jetzt von die noch hohe enge kurven Wind ist so ganz okay aber bläst halt gut ja die habe ich gemeint schön hier aber auch ein bisschen frisch naja da geht's los so die schwarze sehr schwarz okay wo fahrt man hier im besten lang oben nach unten spitze steine das ist schon ein bisschen anders hier ne oh ja alle lassen hier Schiffer Schiffer böses Schiffer cool hohen riesen jump wo führt er hin? die wurzeln am guten gerät ok bisschen viel wurzeln hier ja warum nicht ok 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 pardon das ist kurvig jetzt ja rechts ist die leichte links ist die leichte rechts ist die schwerere da bock auf die links ok enge kurve ist jetzt nicht so ok so viel grip auf den wurzeln das ist ungewohnt tolle holz so was schwarzen ja das ist jetzt nicht so meins bin ja nicht so der holzfan ok 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 wie sind wir denn jetzt? ah das hab ich gesehen irgendwo im video komische steine nicht gucken, fahren also wir waren es nicht so ranzig hausen wir nicht das ist mir direkt ins Auge gesprungen jetzt habe ich es im Auge da ist Kuhscheiße dabei war ja fast zu erwarten bei dem Regen gestern der ist größer sick jo der ist größer sick schon größer das hat mich jetzt gewundert ich hab ziemlich alles richtig gemacht schon mal ordentlich abgebremst vor dem zweiten nächste mal vielleicht ok nochmal einfach mal huja ok noch einer ok ok schade schade da muss man so viel bremsen bei allen hier könnte man viel weiter ziehen der ist ja klein ich habe den größten gemacht der ist mir jetzt bumms der letzte noch bisschen gegräst aber fast schon hab es nochmal mitgemacht dann kann man nochmal das Ding hier das ist jetzt endlich trocken ging es gleich rechts runter kein schwung brauch ich nicht eigentlich ist es dumm das ist nicht meins ich sehe halt nix und ich weiß auch nicht wo wir grad lang müssen im nebel sicht ist überbewertet hier fehlt ein stück an digga zumindest für die line die ich gefahren bin ja was machst du da? freil doch freil doch das heißt fahrrad fahren nicht fahrrad fallen wir haben ein bisschen gas heben hier kommt zu sprung ok wie ein bauer jetzt kommt doch gleich das urzelfeld ach schwecken sich die runter jetzt hätten wir rechts cool irgendwie das ist ja geil das habe ich in irgendeinem video gesehen und fand es voll geil und auf einmal durch so ne schlucht fährt und auf einmal durch so ne schlucht fährt mal gucken was es Wasser gibt ok 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 das war dumm das scheppert gut hier he ok der dämpfer macht langsam abgang diesmal nicht ganz so viel nebel da sieht man ein bisschen mehr hier gucken ob er es diesmal schafft wo kann ich denn lang jo ne ja ja es ist halt ja mit dem links geht man gar nicht aber so gehts eigentlich weiss ich soll es uns mal angucken ob es vielleicht links geht ja wird schon gehen irgendwie muss nur rechtzeitig da rüber kommen ja ja joa es geht die haben so viel grip das passiert nicht die haben so viel grip das passiert nicht ich mag den teil hier jetzt muss ich gas geben hier für die sprung ja ja straight line fahr nicht zwischen den bäumen durch Tim ist weg ok fahr mir doch einfach hinterher dann passiert jetzt sowas nicht hopp das hab ich jetzt nicht mehr so in erinnerung gehabt langsam gehen einfach gut achja oh jetzt ist dochs rutschiger ja gas geben ja 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 soo jetzt schaffe ich es ja jetzt sogar die jump line zu clearn genau gepasst jo kein style aber was solls ja bei den aufschaus muss ich euch enttäuschen die mag ich irgendwie nicht die sind komisch fahr ich nicht und da hinten kommt unser schlechtes wetter oder beziehungsweise der wohnt egal mal spül mal mach mal hehehe warum schäumt das denn so das denn so ist ja Vielen Dank.